Wer fängt an? Du fängst an. Sag ihn mir genau. Was machen wir überhaupt? Wir machen Bruder Jakob. Ich mach ganz einfach Bruder Jakob. Wir machen Bruder Jakobs, kennt ihr alles? Kennst du auch, oder? Ja. Geist. Nein, aber falsch. Komm mal, ich test. Das ist schon mal gut. Das machen wir zweimal hintereinander. Wie lange macht man diesen? Immer nur ganz kurz dazwischen, kurz runter und wieder hoch. Zwischen jedem Schlag? Nee, zwischen ... Ah, okay, ich verstehe. Du machst vier Töne hintereinander. Und dann. Ja, ich versuche das. Ja. Okay. War geil, oder? War super. Okay, gut. Bist schon ein halber Profi. Dann geht es weiter auf den. Ja. Und jetzt? Nee, dann geht es noch weiter. Schon ein langes Stück, ne? Das ist schon sehr lang. Im Vergleich zu unseren Stücken. Ja. Auf G? Ja, auf G. Ja. Sehr gut. Das kommt auch zweimal. Ich darf mit so einem überhaupt nicht in Tune. Und dann, ganz am Schluss. Das ist easy. Das kannst du auch. So, jetzt mal im Ganzen. Aber das ist zweimal, oder? Ja. Er fragt auch zweimal. Bim, bam, bumm. Ich glaube, das ist zweimal, oder? Die Frage ist, lebt der überhaupt noch, der Bruder Jakob? Lebt der? Nee, fragen die. Hörst du noch oder lebst du noch? Was fragen die im Text? Lebst du noch? Schläfst du noch? Ach, schläfst du noch? Schläfst du noch? Schläfst du schon? Jetzt mal einmal im Ganzen. Jetzt musst du die Prüfung bestehen. Ja. Aber im Tempo bleiben. Kein Ritterdando, kein Acelerando. Ja. Halt, stopp! E? Ja, das war schon gut, der Erste. Gut. Der Erste war super. Gut. Ja. Oh, ah, ah, stopp, halt. Stein raus, ja? Ah, halt, stopp. Ich muss mich sammeln. Du hast übrigens auch noch einen zweiten Schlägel. Kontenance Art, der ist nicht wichtig. Ich kann doch nicht simultan spielen. Also. Gezuckt hat er, gell? Yeah. Ja, super. Okay, Prüfung bestanden erst. Und die letzte auch ist geil. Genau, also ihr könnt doch noch ein Test schreiben, wie er sich anstellt. Jetzt bist du dran. Du hast ja schon sehr gut zugehört, ne? Ja. Wir beginnen auch beim C, damit es schön klingt. Ich bin noch mal ein bisschen hinterher. Und das C ist rot. Na klar. Also du hast Farben. Er hat, bei ihm steht es drauf. Du kannst es gerne auf die Schulter. Na, Lobo. Genau. Und dann fängst du beim C. Und wenn du sogar willst, kannst du gerade beidhändig spielen. Das heißt, du machst simultan link und rechte die gleiche. Ja, na klar. Genau. Und dann gehen wir hier eins unter dem blauen. Das ist das E. Genau. Und das kommt noch mal. Und dann kommt die gleiche Seite. Genau. Ich mach jetzt mal eine Seite. Warte mal. Genau. Genau. Eins hoch. Gut. Ja. Jo Hafner. Richtig. Ein Jo Hafner. Jetzt könnt ihr sie eigentlich mal zusammen allein. Genau. Wollen wir zusammen. Wir müssen uns aber romantisch angucken, Dirk. Wir müssen gleichzeitig ausatmen. Also übrigens, wir werden ja auch noch unsere Instrumente tauschen. Wir wollen es euch ja nicht so, ne? Ich geh jetzt mal hier die Hafe. Hast du, hab ich uns mal alles eingestellt? Ich bin angespannt. Bist du auch so angespannt, Daniel? Ich bin nur gespannt, weil ich bin ein Meister meines Fachs. Ich kann ja absichtlich was verstellen. Okay. Okay. Ihr macht die Melodie und wir begleiten euch. Ja, aber wollen wir erst mal zu zweit und dann zu viert? Wir schummeln uns rein. Wir begleiten euch. Wir werden uns nicht merken. Eins, zwei, drei. Warte, zwei. Wie, was? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wow. Yeah. Es ist ultra krass um. Aber wie gut das war. Das war super. Das war sehr gut. Das war wirklich gut. Für den ersten Try? Ja. Oder nicht? Wir haben gemeinsam gespielt.